Nächster Redner Christoph Hagen vom Team Stronach. Danke Herr Präsident, Damen und Herren auf der Regierungsbank, meine Damen und Herren. Ja, der Vizekanzler Mitterlehner oder der scheidende Vizekanzler Mitterlehner, der hat einmal etwas sehr Wahres gesagt und hat es immer wieder wiederholt. Er hat mich Folgendes gesagt, mit was sollen wir vor den Wählern treten, nur dass wir gestritten und nichts zusammengebracht haben. Ich glaube, dem gibt es nicht viel hinzuzufügen, weil wenn ich mir das jetzt anschaue, wie wahr diese Worte auch wirklich sind. Und das ist nicht so lange her, da hat Oberösterreich einen neuen Landeshauptmann bekommen von der ÖVP, ich glaube Stelzer heißt er. Und dieser Herr Landeshauptmann hat das vor zwei oder drei Wochen, wenn das war, hat er das im Fernsehen in der ZIB2 auch wiederholt, hat das gesagt, er möchte, dass diese Regierung durcharbeite bis zum Schluss und etwas zustande bringt. Also Worte von Leuten, die es wissen müssen, die selber in der Regierung sitzen, in der Regierungskoalition sitzen. Und ja, jetzt frage ich mich, was hat sich zwischenzeitlich geändert? Ja, man kann sagen, ein bisschen mehr gestritten ist noch worden, aber in Wirklichkeit nichts zustande gebracht. Und wenn ich heute dem Herrn Bundeskanzler Kern genau zugehört habe, dann hat er heute etwas gesagt, und zwar wir von der Regierung hat er gesprochen, oder wir von der SPÖ, ich weiß es nicht, wenn er gemeint hat, wir wollen jetzt mit dem Parlament zusammenarbeiten. Meine Damen und Herren, das ist schon ein bisschen, ich sage jetzt einmal, ich komme, man möge mir den Ausdruck verzeihen, mit V fangt das an und mit Arscht hört es auf. Komme ich mir vor als Abgeordneter da drinnen, weil wenn die Regierung, wenn die Regierung hier so überheblich ist, dass man sagt, okay, jetzt lassen wir es noch ein bisschen mitreden, die Vertreter vom Volk, na super, dürfen Sie auch noch ein bisschen was mitmachen, wir sind ja so gnädig, damit wir ja dann gewählt werden. Meine Damen und Herren von der Regierung, der Herr Bundeskanzler hat vielleicht nicht ganz verstanden, dass wir vom Volk gewählt sind, wir Abgeordneter drinnen, wir sind das Gesetz, nicht die Regierung. Und das sollte ihm jemand einmal ein bisschen hinter die Ohren schreiben. Also das muss man mal klar sagen. Eigentlich hätte ich ja viel mehr sagen wollen dazu, nur es ist da fast jedes Wort zu schade. Ich möchte aber mit etwas enden und meine Rede, die heute sehr kurz ist, werde ich Folgendes Ihnen mitteilen. Wir haben einmal vor einiger Zeit in einer unsäglichen Causa, Sie wissen, vor was ich spreche, hat auch einen Untersuchungsausschuss dazugegeben. Da haben wir mal diesen sogenannten Satz gehört, den ich hier nachher noch kurz ansprechen möchte. Aber lassen Sie mir das ganz kurz auf den Kernpunkt bringen. Der Satz hat gelautet, wo war meine Leistung? Meine Damen und Herren, das sollten Sie sich stellen, diese Frage. So Christoph Hagen vom Team Stronger.